Die Pfingliche Einsatzkammer, das kleine Kind sozusagen der DFV mit 40 Jahren, weiß ich nicht, ob man noch klein ist. Over there, especially behind the trees, you see our intermodal terminal, where we bring goods from the rail to the ship. We will see that, especially when we go behind the trees. You can put every cargo going to the Baltic Sea here on the train, for example, coming from Duisburg, going here to our premises and then we sort them out and bring them into the ships. Here we are now in the entrance area of the Skandinavien-Kais. On the left side you can see the trailer facilities and the areas that we check in. They are coming to our gate people who are checking the entrance and giving in all the figures to our data system, which is connected to the main shipping lines, so that from this point on we have control for every unit moving through the terminal. The pilotage into this terminal is approximately 30 minutes, not more. The pilotage into this terminal is the new generation. They are using the modern ROPAX ships from Finland and TT, which can only be 2 to 3 hours of stay. They can only be able to drive through this speed, if you carry two ramps on the side. Im Moment haben wir das Intermodal-Terminal erreicht, das ist der Baltic-Willi-Terminal. Alle Zugsysteme sind offen, was sicherlich für den Markt besser ist, allerdings für die Vermarktung dieser Zugsystem auch aufwendiger. Jetzt können Sie sehen, dass der Junge etwas kontrolliert hat und der Fahrer musste warten auf eine bestimmte Zeit. Und jetzt ist er auf die Strecke und setzt sie auf die Strecke. Und es hat 90 Grad verändert, damit unsere Zugsysteme die Strecke auf die Strecke und es auf die Strecke bringen können. Die Strecke und die Strecke.